so liebe freunde es geht weiter ich habe mich jetzt erst mal ein bisschen voll gefressen toilette alles tut mir leid dass ich letzte folge oder letzte aufnahme also ich bin ja immer noch dran ich habe nicht einmal pause ich habe jetzt nur pausiert aber ich oh mein gott pause 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 es ist dieselbe aufnahmesession so meine ich dass ich mir jetzt glaube ich sechs stunden dran oder oder fünf stunden keine ahnung ich würde es gerne wenn man klatten einen durch haben und wie gesagt sorry für die auf das leben hat mich echt gebrochen kurz da war da war wirklich echt kurz vorbei aber jetzt habe ich gegessen und hoffe dass jetzt wieder alles dabei gut ist so wir gehen direkt rein hier in das monster ja so ein spinnenpanzer wieder zwei habe ich gesehen na ja klar warum nicht ja 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 klar klar ja ich habe dir auch einen trink wie wir den musst du dich wahrscheinlich gegenseitig abschließen lassen heilige mutter maria gottes versiege den panzer aha ja oh yeah oh no wo wurde jetzt hingeworfen ja weiter nachladen Wenn ich davon muss ich ihn killen Wo hat er das hingeworfen? Justice! Wo, Jus? Da ist es Aua, Aua, Aua Lad das nach Nimm dir in die Hand und lad das nach Reload Oh shit Tut nicht Ja, genau Rüberlaufen Nicht einsammeln Weil er drauf steht Danke Aua So Einer down Das ist mein Mate, okay Das ist mein Grenade Launcher Da Oh mein Gott Reload Boom Er ist einfach durch und durch geflogen Ich kann es nicht glauben Aaaaaa Steh auf, bitte steh auf, bitte steh auf, bitte steh auf Wo ist es? Wo ist es? Tut nicht Boom Alter Alter Guys Over here 2 und 0 Fuck Fuck Ich habe noch Munition Oh, ich habe noch einen Schuss übrig Ist das geil oder ist das geil? So, den Schuss überhebe ich mir mal auf Oh, da kriege ich sogar noch Munition Nice Nice Und jetzt neue zum anpassen Okay, äh, wir gucken hier raus So Oha Auf Ich habe noch eine Zukunft Bis zum nächsten Mal Ich sehe Die Aus Für Fert 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 Follow me. You guys, get in. Wait, get back down there. Come on, go on! Come 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 on! Oh! Phase 2! Come on! 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 Ich habe verkackt! Ja! Ja! Du machst halt einen Fehler oder so! Der macht dich halt insentiert! Da! Das ist ein... Das ist ein... Okay! Ich hab' reisch! Ayayayay Yayayay. Okay. 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 That move on is in the other side. ne? Okay, das geht auch nicht. Alter. No. Wow. Stimmt. Punkt. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, okay, okay, okay. Treschel. Oh, close. Okay. 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 Let's leave my crew alone. You know I can't do that. Okay. She's not a threat. She doesn't know, does she? Hey, tell me, what happens when she learns the truth? What version of the truth? There's no version of the truth. People like you waited long enough for this shit to happen. Now, people like me get paid to make things right. Bottoms up! Hello? Don't hang up. You hear me? Stop calling. This is my last warning. He doesn't want to talk to you. You want me to beg? He's not your son. This conversation is over. Look, I know. But please listen to me. Don't you understand how cruel this is? These children tell stories about their parents coming to pick them up any minute now, every single day. Officer, whatever you're trying to pull off, it just doesn't work this way. How many times I told you that I will take him with me? Look, we do appreciate the donations, but we can't let one of our children go. Especially with someone like you. He doesn't need a friend. He has plenty. He needs someone he can rely on. And it's clearly not you. You visit whenever you want and disappear for a few months. Our institution is not a petting zoo. I understand. Is that Anna? Yes. Anna! I thought I'd never hear you again. But here I am. There are so many things going on right now. There's a new girl in our class. I think she likes me. What's her name? Her name's Olga. She's kind of sweet. I also failed a math test last week. But it's okay. I don't bother much about it. Oh, I joined the football team. The uniform is so bitching. We're being sponsored by Continental Standard. You won't believe the cakes they've bought us. There's so much going on. Well, when will you drop by, huh? I don't know, Bruiser. Whenever I can. All right. You want to speak to Margaret? No, I'll be going. Look after Olga for me, okay? What's that? Wanted Dead. I think that's it. Jesus Christ. Also, ich muss sagen, bei all der Frustration, die aufgekommen ist... Oh, mach das mal hier. Das ist mir zu laut. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Das war's für heute. Okay, this is great. Why are you here today? I urgently need the money. How much? I don't know. A lot. Is there someone you want to help? Yes. I heard about this place from a friend. We won't hand you the cash if that's why you're here. No, no. I just need to pay for my son's treatment. Is he sick? Yes. And we don't have the money. I mean... Don't worry. I understand. When did you have your son? Do I have to answer this question? Yes. I was 15. It's okay. I'm very nonjudgmental. Do you have a husband? No. Thank God. He went away when he found out. You're seeing anyone? No. It's only me and my boy and my mom. Does your mom know you're here? No. No. I told her I got a job in South Africa. Okay. So here's what's going to happen. Continental Standard will pay for your kid's treatment. Family values are very important to us. We will give you a white-collar job. Nothing extraordinary. A year later, you will wake up at one of our locations not knowing that anything ever happened. Sign this form and take your pills. Der japanische schwere Modus... Der schwere... Ja... Bitte was? Der fuck ist der japanische schwere Modus? Are they crazy? Ich fand mit sie schon sehr schwer. But that's just me. Alter. Okay. Also, was ich eigentlich sagen wollte, bei all der Frustration, die mir das Spiel gebracht hat, das eine Level hat mich wirklich... Es hat mich gebrochen. Aber ich muss sagen, an sich war es wirklich ein geiles Game. Ich fand die Zwischensequenzen sehr cool gemacht. Sehr schön blutig. Das Kampfsystem... Wenn man sich da reingefunden hat, ist es wirklich ganz cool. Also, ich fand es wirklich cool. Ich habe gemerkt, bei den Bossfights, jetzt gerade bei den Bossfights zum Beispiel, ich hatte jetzt keine Ahnung, zwischen der letzten und dieser Aufnahme, 20 Minuten, halbe Stunde Pause, sagen wir halbe Stunde, weil Essen, Trinken, Toilette und so. Und da fällt... Da kommst du aus dem Takt raus. Also, wenn du wirklich dran bist und übst und bla 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 und machst und tust, dann hast du da wirklich in dem Game ganz richtig geile Kampf... Szenen oder... Ja, so einen richtig geilen Flow entwickeln, sagen wir es so. Also, es ist, ähm... Meiner Meinung nach, ich sag mal, eine solide 7 von 10, das Game. Story-technisch... Okay, jetzt nichts, also besonders. Hat mich ein bisschen... Auch am Etikist Holiday erinnert, sag ich mal so mit den Bossen, ne? Das hat mich so ein bisschen... Aber gut, es ist, äh... Vielleicht dieser Japan-Style oder die vielleicht ein bisschen abgekupfert oder inspiriert. Ist ja nicht schlimm. Ist ja alles cool. Ich fand es aber sehr cool. Ähm... Ja, war auf jeden Fall mal was anderes. So ein bisschen. Kuss, 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 nachdem ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt trotz meiner Frustration, trotz meiner Ärgernisses, äh... die Folgen genießen können. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr die Ohren vorgeheult. Das war Wanted Dead. Wir sehen uns in einem neuen Projekt. Haut rein. Tschüss.